so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute nicht erschrecken gibt es die vulkani von pyroco natürlich fein aus tschechien importiert und keine sorge leute alles c und f2 also geht das hier schon sein ding bis 2022 muss ich die verbrauchen das wird knapp nun ja okay das sind vier vulkane mit einer einem die ich gerade suche und nicht finde ich verzweifle verdammt hilfe egal ich meine 112 gramm das könnte vielleicht sogar klappen eher weniger das ist im grunde eigentlich so wie ich es jetzt so optisch der jorge fountain mix nur von pyroco beziehungsweise hat der gao auch so eine serie ich nehme mal an hier haben wir so ein crackling vulkan oder silber das sieht auf jeden fall stark danach aus so sehen die hier immer aus aber hier könnte die einem gut drauf stehen 28 gramm das kann doch hinkommen dann hier sieht mir das stark nach silber vulkan aus schlicht gehalten das design auf jeden fall dann natürlich ganz eindeutig hier ein schöner gold vulkan ich muss mal kurz gucken haben die alle so dieselbe ja auch 28 gramm und das wird wahrscheinlich entweder rot oder multi color sein ich bin auf jeden fall schon mal gespannt und auf jeden fall guter dinge und ich würde sagen jetzt testen wir mal die vulkan oder wie hießen sie die vulkan nie von pyroco und ich wünsche euch ganz viel spaß bis gleich zur zündung die vulkani machen diese mini rakete machen wir mal den silbernen als erstes ich nehme mal gleich das ding der silbernen als erstes ich denke dass es krank aber alles aber echt nicht schlecht also wirklich richtig schön multi-color denke ich jetzt mal also ich denke mal weil das rot ist machst du gleich mal mit zwei mini-raketen ein bisschen rot ist der ja oder toll richtig sagt noch mal der vulkan ist schön das ist entweder blau oder weg zum vegas vulkan ist so nicht mal zwei euro das ist selbst für mich ein raum für jeden euro gold gold ich hoffe ich habe oder geld macht wieder du ja 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 was ist das denn Also traumhaftes Sortiment Leute, wenn ihr mal in Lidl in Tschechien seid und die Wahl habt, dann kauft euch echt mal das Vulkani Sortiment von Pyroco. Übel, das war echt nicht teuer. Bis zum nächsten Mal.